Die Schwimmerbalkenübung von Mele Röping, VfL Kirchheim unter Tech. Sie ist momentan Baden-Württembergischen Meisterin an diesem Gerät. Die Schwimmerbalkenübung von Mele Röping, VfL Kirchheim unter Tech und am Schwimmerbalkenübung von Mele Röping, VfL Kirchheim unter Tech. Die Schwimmerbalkenübung von Mele Röping, VfL Kirchheim unter Tech. Die Schwimmerbalkenübung von Mele Röping, VfL Kirchheim unter Tech. Musik 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 Musik